Wir sind heute hier, weil Sie die Interessen des Vermieters schützen, weil wir den Mieter unterstützen, der heute zwangsgeräumt wird, weil wir das ungerecht finden, dass Mieter auf die Straße gesetzt werden, nur damit die Wohnung teurer vermietet wird. Und wir können nicht akzeptieren, dass Sie im Auftrag der Eigentümer und der Gesetzgebung diese Kapitalverwertung schützen und uns daran hindern, uns zu solidarisieren mit den Mietern. Und wir werden jeden Tag weitermachen, solange Zwangsräumungen in dieser Stadt stattfinden. Und wir werden jeden Tag in den Boden, wo er bietet Macht und Zug, davon haben wir genug. Aus dem Weg, Kapitalisten, den letzten Kampf gewinnen wir. Schmeißt die Knarre weg, Polizisten. Ihr könnt euch auch krank schreiben lassen oder den Dienst verweigern. Da ist der Boden drin, wie kriegen wir den Dreck los weg? So, jetzt setzt's die. Halt ab! Halt ab! Halt ab! Runter mit der Uniform, runter mit der Mietze, keine Beweihung zu holen, die Mietze! Und wir wollen lieb das Schlau! Und jetzt zum Schluss haben wir gedacht, da oben käme aus Richtung Neukölln die Gerichtsvollzieherin in einem Streifenwagen von den Bullen. Das war aber ein Fake offenbar, weil tatsächlich kamen sie dann aus der Richtung Kreuzberg, sozusagen in Richtung Hermannplatz, mit zwei Ziften. Weil leider waren hier nicht genug Leute, sodass dann unten die Blockade nicht mehr gestanden hat und dann konnten sie einfach ungehindert ans Haus ran und haben dann jetzt zum Schluss leider Waldemar einfach aus der Wohnung geschmissen. Mietenstopp! Hopp! Hopp! Mietenstopp! Hopp! 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 Mietenstopp! Mietenstopp!lighetBahn! Mietenstopp! Mietenstopp! Wieso? 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 Wie ist er? Ich bin ein. Applaus ¨J gratis ¨J gratis ¨J gratis ¨J gratis Vielen Dank. Musik Wir haben gewonnen, wir haben gewonnen, wir haben gewonnen. Wo er dieses Zwang zum Zug, davon haben wir genug. Ja, was ist das? Wie viel Spaß? Das ist ja lustig. Hey! Hey! Wir haben drei Mieter! Hey! Wir haben dich doch nicht mehr aus, oder? Na doch, ich bin guter. Du bist aber in der falschen Seite. Ich schütze die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Jetzt mach dich weg. Wir haben keine Gewalt für eure Mieter! Wir haben keine Gewalt für eure Mieter! Wir haben keine Gewalt für eure Mieter! Hey! Was soll das sein, hier? Wir haben keine Gewalt für eure Mieter! Hey! Wir haben keine Gewalt für eure Mieter! Hey! Was soll das sein, hier? Was soll das? Hex! 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 wirklich niederschlagen. Das können wir vergessen. Solange Mono eine Warte und so lange so viele Leute diese Scheißbissen nicht bezahlen können, werden wir immer wieder kommen.